Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play von FaceFigure. Und heute spielen wir Herrschaft auf Nuke Town. Und ich muss euch fragen, dass ich mit Skara spiele. Wie heißt das? Schaft. Schaft und Schmerzen. Glaube ich mal. Ja. Und meine Waffen, die ich auf Gold habe, sind MP7, DSR und noch die AM490. Und als Bunkte-Serien habe ich Tarnhelikopter-Orpital-Zutritt und Notfall. Tja, ich hatte noch kein Nuklear. Nein. Ja. 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 Ja, und jetzt spiele ich mit meinem Schalldämpfer, weil ich schaff kein Loch mehr auf die. Oh, das war ein Schalldämpfer, hat sich am neuesten. Freundschaftsamt vorliegen, Sternmann. Jetzt noch zu einem Helikopter. Was für ein Loch. Jetzt sind keine München. Ja, während dem Nachlagen. Jetzt bin ich schon mal in der Brasilien. Und jetzt gleich, wenn ich eintritt. Schon wieder von Tani. Jetzt schwöre ich mir mal in der Arme. Ich meine, es ist mit der Schalldämpfer. Ich decke mich schon mal ab. Schlafschüsse ausgeschaltet. Oh, die Tani guckt natürlich immer auf. Ja, und Tani die Kapuze stört. Ja, und mein meister Trick ist hier oben rund die Huchen. Und dann dort runter springen und die Menden kehren. Etwa so. Und ich hab's hier hier unten eine Duft-Hochfische-Hochfische Geräusche. Oh, das ist ja ein Duft-Hochfen, die Tans, die. Ja, wie ihr seht, geht's schon ab, ich muss euch jetzt nachladen, wie geht's? Ja, und bitte abonniert meinen Kanal. So, ich mach auch mal ein Let's Plays von Minecraft. Also ihr könnt zurück in die Kommentare schreiben, was wir Let's Plays auch machen. Äh, ich mach mal 14 Let's Plays. Ähm, Clash of Clans Let's Plays. Egal, schreibt's einfach in die Kommentare. Ja. 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 Ja, also. Die Ziel ist sicher. Charlie wird gesichert. Ja, ich hab da drüber gebraucht. Ich könnte vielleicht jetzt schlecht spielen, weil... Ich hätte die Spiele nicht mehr bekommen. Der Feind hat einfach... Ah ja, und nochmals. Ich spinne im Facetime. Dann nehmen wir jetzt den Start. Warum? Ach. Ja. Ja. Jetzt mach ich schon drüber. Jetzt. Ich spinne immer auf AFK und tue so, damit die Däten nicht oder immer verschlecken. Fertig mit dem Headshot. Musik Bowe... ... jetzt geht es doch schon. Ich hab den nicht mehr geholfen, ich hab den nicht mehr geholfen, ich hab den nicht mehr geholfen. Ah, treffe ich. Treffe ich. Ach ja, und noch was ist mein erstes Let's Play. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, ob es gut war, ob ich was verbessern könnte. Zum Beispiel mit dem Ton, ob ich lauter reden sollte. Ja, die mit den anderen LMGs. Nicht öfters geh ich mit der MG7 an. Das war bestimmt ein Kurzwort. Leergeschossen. Wir verlieren 10. Okay. Am meisten hat sich's, wenn ich den ganzen Tag Spiele-Einladungen bekomme, für Quickstop-Matchs. Ja. Ja. Mit immer einem NSMC mit Schnellfeuer. Ja. 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 Und wenn es mal hohe Gebäude gibt, springe ich mal runter, dann gehöre ich dir einen Schock kriegen und raubballern irgendwo hin, dann kille ich dich. Der Todbringer läuft warm. Und die Waffen, die ich hasse, sind SMR und weder spiele diese Einzelschusswaffe. Meine Lieblingswaffe ist die ANC-19. Aber die meisten Orbitalsatelliten habe ich mit meiner PDW. Die Seite ist fast rum. Abschluss bestätigt. Und ich mach noch Glitches. Und das war's schon von mir. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Und das war's von Facebooker. Tschüss. Tschüss. Tschüss.